Willkommen, King James. Was passiert da? Ich bin ein Cartoon? Ich bin kleiner als Kevin Hart! Nein, 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 nein! Ist was, Doc? Bugs! Ich fass es nicht mal! Was für dich nach Toon World, Doc? Ein Computertyp hat meinen Sohn entführt. Dom! Was zur Matrix soll das sein? Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Du kriegst deinen Sohn nur zurück, wenn du gegen mich eine Runde Basketball spielst. Du willst gegen mich Basketball spielen? Ich brauch dringend ein Elite-Team. Wir brauchen ein Dream-Team. Ich übernehme jetzt! Schieß den Ball! Ich denke, das versuchen wir lieber nochmal. Wir holen deinen Sohn zurück. Versprochen. Was passiert da? Ich seh verdammt teuer aus. Und neu dabei... The Groon Squad! Was ist das? Ich hab sie! Ich hab sie! Oh, sie jagt mich. Ich bin zwar keine Glücksspielente, aber ich setze auf das andere Team. Pop! Pop! Your King! Du wirst deine Familie verlieren. The world in my head! Alles, was du liebst. Wir sind wenigstens fein raus. Oh, hätte ich was vergessen. Alle Toons werden gelöscht. Also... Kommt schon, Leute! Nicht aufgeben! Die Toon Squad gibt niemals auf. Wenn wir untergehen, dann wenigstens als Loonies. Pop! 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 Du musst dieses Spiel gewinnen und unseren Sohn zurückbringen. Ja! Los geht's zu uns! Hüpfen kann ich! Es geht los! Und jetzt von der Bank... Wile E. Coyote! Die Maschine produziert Unmengen an Wile E. Coyotes! Tja, sowas passiert! Wow! Wir brauchen eine Aufmunterung! Eine Geheimwaffe! Oh Mann! Granny schlürft ein Martini in der Halbzeit! Nicht neideschwerden! Pff!